Schlag den Rapp, ne? Ich nehm hier mal diesen Typen da. Äh, dir werden eine Reihe aus Scheidungen serviert. Na, was sagt ihr zu folgender Aussage? Einen Opa kann man durch Feuer zerstören. Das ist sicher ein Schreibfehler und die meinen einen Opel. Wie oft wurde der erste FC Arschloch Meister im Fußball? Noch nie. Für einige Sekunden wird ein Bild gezeigt. Präge dir möglichst viele Details ein. Oh, was soll ich mir da merken? Drei rote Eier sehe ich. Zwei nochmal würfeln. Zwei nochmal würfeln. Zwei nochmal würfeln. Schätzen. Schätzen. Aha. Äh, es werden Schätzfragen gestellt, deren Antwort du schätzen musst. Gib mit Hilfe eines Schätzreglers die Schätzzahl ein, die du schätzt. Und hoffe, dass du näher an der Wahrheit daran schätzt, als dein Gegenspieler. Volle BAMs-Power hier. Ichまで nach ner mir. фGajgajgagga GARNICHS. Sprockkome der Ra-ow-oh- Environment to der... Was kommt denn jetzt for ne Scheiße? Mini-Pizza. Soll. So ich hab gewonnen. Ladies and gentleman, wir haben eine Siegerin und die heißt luहiiise!! Dat war Let´s Play. Schlagt den Rap. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Zwei.... Nochmal Würfelwürfel.